Das war die erste Quick and Dirty Session hier mit LexOffice, eine Premiere für mich mit so einem Tool zu arbeiten. Klar gab es ein paar Sachen, die man nicht gleich gecheckt hat, aber alles in allem nach ein, zwei Stunden kann ich sagen, dass es doch irgendwie recht einfach zugänglich ist und doch die meisten Sachen erklärt werden oder irgendwie sich auch selbst erklären. Also prinzipiell Daumen hoch, klar brauchst du noch ein bisschen Zeit, um sich reinzuarbeiten in die Tiefe, aber so die ersten Sachen rechnen und stellen, Belege scannen, installieren, warm, easy. Soweit für meine ersten Schritte hier mit LexOffice. Ich übergebe jetzt mal an meinen Bro in Kehl. Der checkt die nächsten Schritte. Wir haben schon ein paar Ideen, was er noch alles machen könnte, um sich mal reinzuarbeiten. Auf nach Kehl!